Sehr dezent und im Prinzip unsichtbar und der Klang in der tollen Qualität auf den Wänden kommt. Herzlich willkommen zu den Heimkino-Raum-Videonews. Lautsprecher im Wohnzimmer, das ist immer so eine Sache, die gefallen nicht unbedingt allen Familienmitgliedern. Da sind dann irgendwie störende Lautsprecherkabel dran. Es gibt aber Möglichkeiten, wie man Lautsprecher unsichtbar machen kann. Und aus unserer Erfahrung im Bereich Heimkino und Lautsprecherinstallation wollen wir euch heute mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie man eben die Lautsprecher verschwinden lässt, beziehungsweise sogar unsichtbare Lautsprecher in die eigenen vier Wände bringen kann. Eine beliebte Variante, die Lautsprecher zu verstecken, das ist das HiFi-Möbel. Es gibt mittlerweile einige Hersteller, wie hier Spektral zum Beispiel, die spezielle HiFi-Möbel bieten, die eine akustisch transparente Stofffront haben. Und hinter dieser Klappe verbergen sich die Lautsprecher und der Stoff ist an der Front eben so dünn, dass der Klang wirklich in voller Güte zum Zuhörer kommt. Spektral und auch die preiswerte Eigenmarke von Spektral, JustDrax, die sind hier besonders empfehlenswert. Die haben wir im Portfolio aus dem Grund, dass die eben von vorn bis hinten durchdacht sind. Da ist auch entsprechend die Rückwand geöffnet, dass also die warme Luft der Elektronik vom Verstärker, Blu-Replay etc. hier auch schön wieder rauskommen kann. Und darüber hinaus bieten wir bei Heimkinderraum auch die Option, dass man so ein Möbel anfertigt. Das heißt, wir können für euren Raum, für euer Wohnzimmer entsprechend die Farben, die Materialien auswählen und ein passendes Möbel anfertigen. Bedenken muss man bei der Möbellösung, dass man entsprechend die Stellfläche braucht. So ein Möbel braucht nun mal ein bisschen Platz. Es gibt aber auch noch eine platzsparende Alternative und das sind die Einbau-Lautsprecher. Einbau-Lautsprecher, wie der Name schon sagt, werden in die Wand eingesetzt und schließen dann im Prinzip flächenbündig ab. Oder es gibt eben auch Deckheneinbau-Lautsprecher, die werden dann zum Beispiel in die abgehängte Decke eingesetzt. Und da wird dann entsprechend der Klang auf die Hörposition ausgelegt und man sieht weder Lautsprecher noch Kabel. Lautsprecher kann man aber auch sehr dezent und im Prinzip unsichtbar zum Beispiel hinter akustisch transparenten Leinwänden verstecken. Hier kommt dann der Klang direkt aus dem Bild. In dem Fall kann man flache Wand-Lautsprecher nehmen oder wie gerade gehabt Einbau-Lautsprecher. Wer so eine dezente Lösung in seinem Wohnraum haben möchte, auch hier gibt es Varianten. Zum Beispiel die Möglichkeit, die Lautsprecher hinter einer Wandbespannung zu verstecken. Diese Wandbespannungen kann man in verschiedenen Farbausführungen bei uns bekommen. Und der Stoff ist eben so gewählt, dass man nicht durchsehen kann, aber der Klang uneingeschränkt eben rauskommt. Das heißt, der Sound kommt hier direkt aus der Wand. Wieder keine sichtbaren Lautsprecher, keine Kabel. Völlig dezent und in diesem Stilelement nahtlos integriert. Und jetzt kommen wir zur Königsklasse. Man kann Lautsprecher völlig unsichtbar unter Putz installieren. In dem Fall wird ein Ausschnitt in der Mauer vorgesehen oder in der Riegebswand. Dann wird der Lautsprecher eingesetzt, da wird drüber geputzt, gemalert. Das Ganze kann natürlich auch in der Decke passieren und dann sieht man überhaupt nichts mehr. Und das hat noch einen tollen Nebeneffekt, denn wer mal in so einem Raum war, wo der Klang aus den Wänden kommt, der ist so schier beeindruckt, dass man nichts, also rein gar nichts sieht und der Klang in einer tollen Qualität aus den Wänden kommt. Man sieht, mit den richtigen Lösungen, mit den richtigen Lautsprechern ist hier ganz viel möglich. Lautsprecher müssen kein Störfaktor sein im Wohnzimmer. Tja, und wer sich hier zu beraten lassen möchte, kommt gern vorbei, vereinbart einen Termin, besucht uns im Standort in eurer Nähe. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal, macht es gut, ciao, servus und auf Wiedersehen. Ich freue mich aufs nächste Mal.